Herzlich Willkommen bei Univision. 275 Jahre Universität Göttingen. Wir von Univision haben uns gedacht, dass wir einfach mal losziehen über den Campus. Einmal die Studenten zu fragen, was sie ihrer alten Dame zum Geburtstag wünschen. Und was sie sich selbst auch wünschen würden. Film ab! Alles Gute und weiterhin viel Erfolg! Tschüss, Göttingen-Dachshü, Scheng-Zü-Kuai-Leh! Weitere 275. Ja, alles Gute und Geld für die Studenten. Das wäre mein Wunsch, dass das Semesterticket wegfällt, weil ich brauche es überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Oder keine Studiengebühren mehr. Studiengebühren müssen nicht sein. Dass die Uni darauf verzichtet, Studiengebühren zu erheben. Damit die Studenten auch an dieser tollen Uni weiter studieren können, ohne finanzielle Anbußen. Ich wünsche ihr, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft werden. Dass die Studiengebühren effektiv genutzt werden können. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, dadurch, dass Gelder vom Land gestrichen wurden, dadurch, dass die Studiengebühren eingeführt wurden. Aber dass das im Endeffekt ein Nachteil der Studenten ist, ist natürlich schon scheiße. Also nicht so gut. Zum Geburtstag wünsche ich der Uni, dass es so weitergeht wie bisher und dass diese Einsparungen, dass es mal irgendwann ein Ende hat, dass an allen Ecken gespart werden muss. Ich wünsche der Uni, dass sie auch weiter souverän bleibt. Naja, und dass sie weiter so eine gute Universität bleibt, wie sie nun mal gerade ist. Auch im deutschen Standard gemessen. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass man das ein bisschen ansieht, dass dieses Ansehen in Deutschland ein bisschen rüberkommt. Dass man weiterhin Elite-Uni bleibt. Und dann vielleicht noch, dass, sagen wir mal, das allgemeine Lernklima sich wieder verbessert. Weil seit Einführung der Stiftungs-Uni ein gewisser Leistungsdruck entstanden ist, der sich sehr negativ auswirkt auf die Gesamtstimmung. Ja, vielleicht, dass nicht unbedingt jetzt das Studium zu viel wird, sondern man auch so ein Leben neben der Uni hat. Ich wünsche mir mehr Zeit zum Studieren, zum Lernen, weil ich viel zu lesen habe. Dass irgendwie mehr Veranstaltungen sind, die für alle einfach öffentlich besuchbar sind, weil ich das Gefühl habe, dass es nur noch darum geht, irgendwelche Abschlüsse zu machen und nicht mehr um die Bildung selber. Naja, von der Uni wünsche ich mir persönlich natürlich eine gute Ausbildung. Natürlich eine gute Ausbildung zu erhalten. I wish my research to go successfully with my professors. Und dass ich weiter in Ruhe hier studieren kann. Dass sich weiter dafür sorgt, dass die Studenten sich so wohlfühlen wie jetzt, zumindest die meiste Zeit über. Ein friedliches, glückliches Studentenleben. Viel Erfolg für alle Studierende. Dass der Spaß nicht verloren geht. Und dass das Essen natürlich noch besser wird, als es jetzt schon ist. Und vielleicht noch ein paar Partneruniversitäten in den USA. Mal ein Essen umsonst. Mehr Fahrradstellplätze. Kaffee umsonst. Mehr Sportangebote, weil auch da die meisten Angebote absolut überfüllt sind. Buchgutscheine für die Philosophische Fakultät, die höher als 15 Euro sind und Druckgut haben, weil andere Fakultäten das nämlich auch haben und wir nicht. Eigentlich, dass es mehr Austausch zwischen den einzelnen Studiengängen gibt. Lehrpersonal. Teilweise mehr Praxisbezug. Gute Lehre. Dass die Organisation noch ein bisschen besser klappt. Für mich ganz persönlich ist das jetzt im Moment auch, dass ich noch keine 18 bin und dass sie darauf genug eingehen, auf Leute, die noch keine 18 sind zum Beispiel. Aber da sind sie auch auf einem guten Weg. Etwas längere Anmeldefristen für bestimmte Seminare. Ja, ganz ehrlich. Also das heißt, sie hat mehr Plätze für die Ruhlung. Größere Hörsäle. Oder Seminarseele, weil es meistens schon sehr überfüllt ist. Und ich wünsche ihr, dass sie die Gebäude saniert. Damit sie renoviert wird vielleicht so komplett mal. Die Renovierung des Gebäudes der Archäologie und der Kunstgeschichte. Ja, genau. Einfach, dass der Campus hier instand gehalten wird, dass man sich weiterhin so wohlfühlt im Sommer wie im Winter. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ein neues ZHG, weil das ZHG-Gebäude sehr hässlich ist, meiner Meinung nach. Dass sie ein neues, frisches Gewand bekommt, optisch auch. Ja, ein bisschen mehr Pflanzen auf dem Campus. Dass es ein bisschen schöner wird alles. Ja, eigentlich gefällt der Campus mir sehr gut. Ich genieße das Studium. Ja, 275 Jahre Universität Göttingen. Ja, besser kann man es nun wirklich nicht auf den Punkt bringen. Besser kann man es jetzt nun wirklich nicht mehr sagen. Und hoffen, dass die Uni noch mindestens 275 weitere Jahre schafft. Und sagen dazu einfach nur noch, auch wir von Univision wünschen der Uni Göttingen alles Gute. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Uni Göttingen. Happy Birthday to you. Super, danke schön. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Vielen Dank.